Tja, wir haben jetzt eine Minute nach zwölf. Das heißt, wir haben jetzt schon den dritten, dritten 2020. Nächster Trailer ist in Produktion. Ihr seht es hier dann auch wieder. Ja, habe ich gefunden bei Gmx. Zu diesen Impfungen raten Experten jetzt dringend. Oh Gott, ne. Oh Gott, ne. Jetzt zitter ich schon wieder wie ein armes Schwein. Ein Aufruf und bald Zwang zum fröhlichen Impfprogramm. Freut euch, ihr Schlafschäfchen und träumt gemütlich weiter. Ja, zu diesem Rat der Experten wird es dann im Hauptfilm was geben. Wieder mal zu schauen bei Bitshoot bzw. VK, die den Trailer bei Webnews TV aufrufen. Und kopiert euch da den Bitshoot-Link in die Browserzeile. Und dann klappt es auf jeden Fall. Denn da müsst ihr nicht angemeldet sein. Und das vielleicht jetzt noch dazu, weil ich gesagt habe, ich habe da so mit dem Coronavirus so 70 Spekulationen. Auf jeden Fall ist es eine davon. Und da möchte ich euch natürlich dran teilhaben lassen. In Ordnung. Tschüss.